ich war noch niemals in santa eugenia ja und das ist das erste mal dass ich hier das ortsschild überfahre und hier diesen ort dokumentieren werde es ist ein kleiner mallorquinischer ort nicht so weit weg von palma vielleicht eine viertel stunde ungefähr man hier sieht alles kleinere typisch mallorquinische häuser der ort befindet sich ja auf einem soll man sagen hügel oder vielleicht schon ein berg ich werde jetzt als allererstes einmal den höchsten punkt des ortes suchen und dann schauen wir mal was uns da erwartet alles hübsch und gepflegt hier schöne allee fahre richtung zentrum das ist natürlich nicht so groß und der ort ist auch nicht so groß so Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin jetzt ca. 1600 Einwohner und ich fahre jetzt hier einen ganz, ganz steilen Berg hinauf. Das kann man, glaube ich, gar nicht so erahnen hier anhand des Bildes. Es ist so steil hier. Das hat natürlich einen besonderen Grund. Ich möchte natürlich die wunderschöne Aussicht von hier aus genießen. Und wie man sehen kann. Ist das auch möglich von hier oben? Die Mühe hat sich gelohnt, hier so hochzufahren. Ich gucke hier Richtung Santa Maria und Richtung Tramontana-Gebirge. Kann von hier aus dem Putsch-Major sehen. Da liegen ein paar Wolken auf der Bergspitze. Links davon ist... Da sieht man das. Das ist öfter so das Bild. Das typische Bild vom Tramontana-Gebirge, dass die Wolken auf den Bergspitzen liegen. Rechts geht es weiter Richtung Puyenza. Weiter links befindet sich Soya. Und dazwischen, ziemlich nah an Soya, ist der Putsch-Major. Der ist 1436 Meter hoch. Und ich habe hier das Gefühl, dass ich schon so auf halber Höhe fast bin. Also fantastische Aussicht von hier oben. Ich zeige jetzt hier noch ein wenig den Ort. An Einkaufsmöglichkeiten gibt es hier alles in einem kleineren Bereich, sage ich mal, für den täglichen Bedarf. Hier hängt noch oder schon die Weihnachtsdekoration. Tagsüber leuchtet diese nicht. Ich bin hier heute am Vormittag. Wir haben jetzt 17 Grad. Unglaubliche 17 Grad. In der Nacht war es allerdings sehr kühl. Das heißt, 10 Grad, wenn man das als kühl bezeichnen kann. Aber die kühle Luft, die Feuchtigkeit lässt einen das ein wenig spüren. Ohne Heizung geht es da kaum. Und tagsüber kein Problem. Sprecher Heute in der Nähe, das habe ich eben schon gesagt, es ist zum einen Santa Maria, weiter Richtung Südosten und geografisch befinden wir uns praktisch genau zwischen Inka und Palma. Der Tag hat wirklich sehr gut begonnen, wie man hier sehen kann, überwiegend blauer Himmel. Zum Nachmittag hin soll es sich ein wenig zuziehen und wir haben so die Wahrscheinlichkeit, dass es mal tröpfeln kann. Ich fahre jetzt einmal Richtung Kirche. Eine typische mallorquinische Dorfkirche. Ja, das ist so typisch für Mallorca, dass auch die sich am höchsten Punkt oder fast höchsten Punkt immer befinden. Ja. 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 Da ist sie, die Uhr geht sogar richtig. Ja. 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 Und da ist sogar eine Sonnenuhr, die ist heute zeitweilig abzulesen. Ja. 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 diese Kirche. Das ist nochmal zeigenswert hier. Hier hängt ein Tableau, wo ich wirklich alles überblicken kann. Es ist alles beschrieben hier unten. Jeder kleine Ort ist beschrieben, wo er zu finden ist. Das ist top. Also wer hier mal herkommt an der Kirche zu finden und dann hat man auch kein Problem sich hier zu orientieren. Hier der kleine Supermarkt. Auch diese Tafeln gibt es hier. Also das ist alles richtig toll gemacht. Der ganze Ort umfasst eine Fläche von circa 20 Quadratkilometern. Das ist ja auch toll gemacht. Hier schauen wir praktisch Richtung Sensei Yes. Und auch hier gibt es nochmal einen Ort zum Verweilen. Diese Straße führt, ich meine, nach Al-Gaida oder Richtung Al-Gaida. Wirklich auch von hier eine schöne Aussicht. Wirklich. Wirklich. Vielen Dank. Auch von hier nochmal der Blick Richtung Tramontana-Gebirge. Wenn wir von hier aus fliegen könnten, würden wir Richtung Alarro, Boniola, Vorlanuc und Soyer kommen. Und da hinten, ganz weit hinten, der Putschmajor. Und da 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 hinten, der Putschmajor. Ja, soweit das Video von Santa Eugenia. Ich befahre hier die Straße Richtung Santa Maria del Camí. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen. Wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Freue mich jedes Mal über den Daumen nach oben. Tage für heute. Tschüss, adios und bye bye. Bis zum nächsten Video auf Georgis Kanal. Servus. Tag ins。 gémitat Sickins Mondals Ást centered antische Gegen resentment eingeladen How's I Year